Ja, meine Damen und Herren, er spielt endlich wieder bei TSR Rodham, schon läuft's. Senses ist in der Sieg, gegen den Fünfter warst, habt ihr ganz hoch gewonnen? Es war endlich wieder Zeit zu gewinnen, ja. Wie sieht es aus mit der Mannschaft, will sie noch drin bleiben in der Klasse oder denken die meistens schon, der Abstieg ist nah? Wie sieht es aus? Ja, die Stimmung ist super, aber der Abstieg ist ziemlich nah. Ist sicher, fast? Ziemlich, ja. Scheiße, oder? Ja, ich denke schon wieder Zweck, super Derbys, da hoffen wir, dass wir wieder sauvigste Zuschauer da sind. Und wenn du wieder fit bleibst, mal in zwei Jahren, das wäre auch mal schön. Das wäre so gut eigentlich. Also so viel Pesch, wie du alles gehabt hast, oder? Mit den Verletzungen. Das wäre so gut, wenn ich wieder bin. Und dann müssen wir mal ein paar neue Spiele holen, die ins Webrigen spielen oder sowas, das wäre doch mal was. Ja, die Jungs, die müssen dran, ja. Ja, dann darfst du noch alle Leute grüßen, die du möchtest. Ja, ich grüße meine Freundin, die Julia. Dankeschön, dir viel Spaß. Ciao.